So, dann mal ab in den nächsten Dungeon, würde ich sagen. Höhle 4! Schädelhöhle. Autsch. Sieht etwas heiß aus hier. Ich würde mal sagen, ja genau, hier kriegen wir diesen Tauschding. Tauschhaken-Ding. Tausch-Enter-Haken. Jetzt mal Tausch-Enter-Haken. Ich mag das Spiel trotzdem. Ja genau, da oben sieht man es schon. Ich würde mal raten, da ist die Karte drin. Oder der Kompass. Der Kompass. Der uns immer noch nichts bringt, weil das Spiel immer noch abschließt, wenn ich die Karte öffne. Blau. Wie es aussieht, ja blau. Trotzdem, ich mag die Rätsel. Das habe ich mir fast gedacht. Eins, zwei, eins, zwei. Kleiner Schlüssel! Das war eigentlich in dem dritten Dungeon in der Vergangenheit da drin. Aber ich glaube, da braucht er mal ein Auge oder so. Ja gut, einen kleinen Schlüssel haben wir da. Und wir sind sogar genau in die richtige Richtung am ersten Mal gelaufen. Perfekt. Das gefällt mir. Na, da müssen wir hin. Arsch. Lava tut nicht gut. Nicht gut für die Haut! Merkt euch, Leute. Lava ist nicht gut für die Haut. Brennt ein bisschen. Arsch. Bist du das gehen oder das gehen? Oder das gehen? Das geht. Okay. So, dann mal ein bisschen aufpassen auf meine Herzen. Ah. Jetzt muss ich mal aufpassen. Ja, na, okay. Wo geh ich jetzt als erstes rein? Komm mal da rein. Dieses Logen, den gibt es ja öfters. Wie ihr seht. Auch was Nettes. Was nehmen wir denn? Sonst schlecht, kann's gehen. Wie gesagt, die Räte sind toll. Die Räte sind einfach toll, das kann man nicht sagen. Tuck. Tuck. Tuck, 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 tuck. Okay, da ist die Karte. Die Karte kümmert mich gerade recht wenig. Arsch. Irgendjemand, gib mir mal bitte ein bisschen Skill. Ein bisschen mehr Skill. Jetzt haben wir die Viecher wieder. So. Das gefällt. Oh, das gefällt mir schon mal nicht. Fuck you. Lauf, 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 lauf. Auch eine Möglichkeit, du Franks. Ja. Arsch. Arsch. So, die müssen wir in die Lava, denke ich, mal hauen. Jetzt machen wir ausnahmsweise auch mal Zeit dafür. Okay, passiert nichts. Ach, du Heiliger. Gelb. Gelb. Blau. Was ist das da? Gelb. Ach so, das ist so. Boah, ich kann's noch. So, Minibus? Nein. Oh, muss der natürlich gleich schießen, der Mistkerl. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Au. Auch nicht schlecht. Ah, das geht auch. Geht sowieso nicht. Autsch. Autsch. Ach, schon gehabt. Gott, wer denkt sich denn so weit aus? Okay, ich bin jetzt immer noch ohne Tod. Das soll man dazu nicht mal bemerken, ja? Ich bin immer noch ohne Tod. Mal wissen, wie lange noch. Autsch. Ja. Und weil ich immer noch ohne Tod bin, speichere ich mal. Was immer hier schön ist. Ne Zoll. Au. Au, 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 au. Was hab ich eigentlich gerade gespeichert? Damit ich mich verhauen lasse? Ah, ich seh nichts mehr. Ah, da, boah. Nein. Ich will nicht sterben. Ich bin zu Brot zum Sterben. Ah, geht doch. Ich bin zu Brot zum Sterben. Lasst mich nicht sterben. So, jetzt gucken wir mal da weiter. File. Save. Ich bin jetzt etwas übervorsichtig. Ich hab zu wenig Herzen. Ach, nee, Leute, oder? Ah. Das ist dann bleib unfair. Ich kann das Ding nicht umstellen. 30 FPS, wo so bin? Ich will ein Herz haben. Ich hau dieses Bleib im Tod. Ja, tun sie auch. Ah, wieder 30 FPS. Ach so, das ist ja komisch. Wie so ein Boy, der dann immer auf 50% runter springt irgendwie. 50% Darstellung. Warum auch immer. Minibus. Nein. Bitte lass eine Fee drunter sein. Bitte lass eine Fee drunter sein. Ja, dankeschön. Und da ich gerade eine Fee bekommen hab, heißt das wieder mal speichern. So. Ich ahne... Ich bin besser im Springen als alles andere, sag ich euch. Ich springe gar nicht. Ja, die kann ich ja hier mal killen, ausnahmsweise. Schlüssel. Oh nein, stell euch mich gar nicht so doof an. Was die Rätsel angeht. Und weiter geht's. Jetzt geht's unten lang. Jetzt wird's langsam an der Minibus kommen eigentlich. Vor allem das Relikt... Oh, da kommt's ja noch langsam. Die schon? Ich würd sagen, da ist der Minibus drin. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass da der Minibus drin ist eigentlich. Ah, das ist noch eine Fee. Minibus! Sag ich doch. My mighty sword and my mighty shield shall crush you. Okay. Ich glaub, ich muss die aufeinander legen. Etzen. Bingo! Aua. Autsch. Trefft mich denn immer, das Mistvieh? Autsch. Autsch. Hier ist God. Autsch. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Mich besiegt man nicht. Gut, dass ich mehr Bomben habe jetzt. Ich freue mich sowieso noch beim letzten Bossfight. Ach du Scheiße. Also genau das meint ich übrigens. Zum Thema Farbrätsel. Genau das habe ich gedacht. Im Farb... Ist im Farb... Ist der Farb-Dungeon vom anderen gewesen. Aber es war hier. Das war aufgesehen, dass es ein schönes Rätsel ist. Das war noch nicht schwer. Und dann haben wir den komischen Tauschhaken. Und der funktioniert. Der gibt es auch noch auf Level 2. Genau so. So, zeigen wir mal. Ich weiß, ich bin etwas übervorsichtig, aber besser als gar. Das geht auch geil. Vorsicht, die Muster der Porzellatkissen, wie wir alle wissen. Ich bin mir nicht drüben. Arsch. Ich hätte nicht erinnert, habe ich mich auch früher von den Viechern immer treffen lassen. Das hat sich also überhaupt nicht geändert. Was haben wir da? Jetzt glaube ich bestimmt weit. Oh. Oh, ich ahne Übnis. Nein! Das ist unfair. Warte, das ist jetzt unfair. Wer wird gewinnen? Epic und Duell. Das ist eine bessere Idee. Ich winne. Du hast gewonnen. Ich bin so großartig. Ich sehe wieder nichts. Äh, hoppala. Ich will gar nicht wissen, wo ich hier hinkomme. Da komme ich hin. Au, 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 au. Mann, hab nicht viele Leben. Hopp. Arsch. Leben. HP, gimme HP. Irgendwas ist da komisch. Ach so, ich verstehe schon. Heh, schöner Trick übrigens. Der ist auch gemein eigentlich. Muss ich jetzt zugeben. Ja, hier muss man ein bisschen nachdenken. Halt schon Milch drüber. So, weiter anprogramm. Ach, die haben alle so Arsch-Flappé. Das geht auch. Sehr schön. Aber ich weiß nicht, ist das blöde Ding nicht mehr. Ha, 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 ha. Okay. Ach, das Ding. Genau. Ja, das Ding hier wird wieder Überlänge haben. Das bin ich mir sicher. Aber die Dungeon werdet ihr euch dran gewöhnen. Ich werde sowieso wahrscheinlich 25 Minuten Abschlitte immer hochladen. Da ein bisschen was zu gucken. Autsch. Wow, das ist geil. In Slowmotion. Oh, Scheiße. Lass mich mich jetzt nicht verhauen. Das Beste, was wir in Serien machen, kann es einfach stehen bleiben. Und zuschlagen. Okay, ich glaube, ich habe mich gleich verhauen. Und verhauen. Ob. Ich muss mal sagen, so muss ich anfangen. Ja, das war falsch. Ich muss sagen, ich glaube, da ist der große Schlüssel drin. Ich mache es mal so. Ja, das musste klappen. Bingo. Ah, okay, da ist halt noch ein kleiner Schlüssel drin. Und weiter im Programm. Ah, viel zu viel von diesem Mistzeug hier. Viel zu viele Gegner und viel zu viel... Arsch. Toll, da ist der Boss. Und zu dem wollten wir eigentlich noch nicht. Slowmotion, Slowmotion. Das muss ich, glaube ich, hoffentlich nicht normal machen. Ja, jetzt sind wir den ganzen Weg wieder zurück, wa? Noch mehr Slowmotion. What the fuck? Das hätte ich wahrscheinlich auch einfacher haben können. Mal wetten. Wie komme ich da zurück? Christy, Wannstein. Justen, wir haben ein Problem. Ich komme nicht wieder zurück. Jetzt muss ich da mal die Karte angucken, kurz. File. Save. Okay, da gibt es keinen anderen Weg. Okay, das heißt, ich muss da irgendwie zurück? Hilft ja nichts. Ich hätte gedacht, dass man hier irgendwie schieben kann, aber... Wie komme ich da jetzt wieder zurück? Ich meine, ich könnte sterben, aber das habe ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt. Das ist toll, Leute. Irgendwie muss ich doch noch einen Rückweg geben. Irgendwie muss es eigentlich noch geben. Also würde es hier keinen Schlüssel geben. Das habe ich klopft. Da gibt es einen Rückweg. Ach da, okay. Das muss ich wissen. Das ist so gemein. Nee. Nee. Oh, das gibt es doch nicht. Ich mache hier noch ein 30-Minuten-Ding draus. Passt auf. Ach wenn, dann ist es mir auch egal. Oh, ich bin drüber. Arsch, Arsch, Arsch. Komm, komm. Ihr könnt ja nicht immer alle abhauen. Frecher ist das. Und noch mehr Tauschhaken. Ach, toll. Hopp. Oh, da geht's lang. Nein. Ach, Gott. Hau ab. Mann, du bist eh nur eine Feuerfledermaus. Was soll's? Hau ab. Ach. Slow motion. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Sprinter-Action. 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 Leute, das ist ja nicht mal knapp. schade. Oh. Oh Gott. Ich sehe es nicht mal. Oh. Oh Gott. Das geht sowieso nicht ohne den Tauschwagen, also brauche ich mich gar nicht anstrengen. So einfach kann es sein. Und da ist hoffentlich endlich die blöde Boss-Truhe. Okay. 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 Ah, ich habe eine Idee. Okay. Hahaha. Aber und weiter im Programm. Leute, das ist unfair. Bleibt die da stehen eigentlich? Ich habe mich auch gewöhnt heute. Das ist nicht sonderlich fair. Achso, ich kann hier runterspringen, aber da komme ich ja da nicht mehr ruf. Hä? Das kannst du nicht sagen, wie es aussieht, meine Freunde. Oder? Ja. Ah, ich habe aber noch eine andere Idee eigentlich. Nein, ich habe eine bessere Idee. Nichts anspringen! Ja. Die kürze! Das ist nicht eine andere Idee. Ich habe auch noch ein paar Sorte zu tun. Ich habe da nur eine Kürze. Die Kürze! Das andere ist ne Ablenkung Boss Key So, dann auf zum Boss Kosh, du stehst mir Der geht mir gewaltig auf den Sack, wisst ihr das? Deswegen wird er jetzt erstmal Da reingestoßen So So So, vom Boss Fight will ich nochmal safen Und dann Teufel Boss Fight Autsch, 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 Autsch Ich glaube, hier könnte ich mal sterben Autsch Autsch Oder auch nicht Okay, das war jetzt nicht besonders Geld, aber Äh Das klappt, das klappt Bekanntlich Die brennende Flamme ist in der Zeit Ach, nicht schlecht Burning Passion So, damit habe ich vier Tarnchen an einem Tag durchgeschafft Bin ich nicht toll Ich glaube, jetzt müssen wir auch Nairo retten Aha Ja, ich würde sagen Damit mache ich mal Schluss für heute Juhu Ich habe einen Tauschhaken Äh, erstmal gehen wir speichern Nochmal speichern Und bis dann Tschüss Tschüss Aus Aus Bis zum nächsten Mal.